seit einigen Jahren in dieser Branche tätig, nach aussen zu kommunizieren. Woher die Motivation, welcher im Rampenlicht, natürlich beim Radio dazumal wahrscheinlich noch nicht ganz so viel mit Video, aber woher die Motivation, nach aussen zu kommunizieren? Für mich selber? Ja, für dich selber, ja. Eine gute Frage. Mit der Primärmotivation ist es nicht, dass ich mich selber gegen aussen zeigen kann. Die Primärmotivation ist wirklich, dass ich unsere Kunden fit mache, zusammen mit meinen zwei Teams, dass sie gegen aussen gut anstehen können. Und das ist einfach mega cool, weil es ist ein Handwerk. Vieles ist learning by doing, darum ist jedes Training bei uns massgeschneidert. Und gerade wenn wir jetzt jemanden fit machen, beispielsweise für die Arena am Freitagabend, und du siehst dann nachher im Stream, hey, yes, es sitzt richtig gut, genau das haben wir geübt, dann ist das ultimativ cool und das ist so die Motivation. Also wirklich, weil es performen draussen wollte. Genau. Jetzt hast du sicher in diesen Jahren eine gewisse Entwicklung auch durchgemacht. Ich meine, das erste Mal, als du vor dem Mikrofon gestanden bist, war ich nervös, also nicht mehrmals auch. Das war beim ersten Digi-Tag auch so. Also die ersten zwei, drei waren ich sehr nervös. Irgendwann kommt die Routine rein, aber wie hat sich das entwickelt? Also wie bist du von dazumal bis heute? Also was ist das für ein Weg gewesen, den du durchgemacht hast, auch für dich persönlich? Vom optischen Zittern zur optischen Ruhe. Manchmal ein Herz klopft noch wieder an. Aber ich weiss noch gut dazumal, die allererste Radiosendung bei meiner kleinen Sendung. Und meine Hände haben wirklich, also die Hände zittert. Und ich habe auf gut Deutsch, muss ich es so direkt sagen, ich habe es voll verkackt. Signet und Stimmen und der Nachricht, der Redaktor, alles ist gleichzeitig raus. Das war ganz schlimm. Und mit der Zeit, wenn du natürlich weisst, wie es funktioniert, dann kommt eine gewisse Ruhe. Eine Routine, das ist ganz wichtig, dass die Ruhe kommt, der Puls kommt runter. Gleichzeitig ist die Routine aber auch eine Gefahr, wenn man sich dann mit der Zeit nicht mehr neu erfindet. Das war mir immer wichtig, dass ich kreativ bleibe und mich neu erfinde. Und ein Stück weit war es bei dem Kommunikationstraining gleich, als ich das erste Mal in der Privatwirtschaft noch bei einer anderen bekannten Zürcher Agentur den ersten Auftrag hatte. Da war ich nervös, unglaublich natürlich. Und mit der Zeit kommt dort auch die Ruhe, durch die Routine. Also dann würdest du sagen, grundsätzlich ist auch Präsenz nach außen, es ist einfach Übungssache. Es ist in dem Sinne eine Routine, Übungssache, die man einfach immer wieder machen muss und dann funktioniert es irgendwann schon. Ja, ich finde es sind drei Teile. Teil eins ist genau das, es ist Übungssache. Je mehr man das macht, wie wenn du mega joggen gehst, bist du auch schneller. Also je mehr das machst du in der Praxis, desto besser. Dann finde ich natürlich das Training und die Ausbildung dazu. Und im Endeffekt, wie bei allen, ein Stück weit ein bisschen Talent. Also ich finde, jemand, der gar keine Auftrittskompetenz hat. Ich bin nicht der Fan von Schulnoten. Aber wenn einer bei uns im Trainingsraum läuft, mit einem 2er am Morgen früh und er läuft mit einem 4er raus, dann hat er sich massiv entwickelt. Wenn ein Mediensprecher bei uns ist, dann muss ich nicht mehr erklären, wie der Bär tanzt. Er kommt mit einem 5er und halber rein und geht mit einem bis 6er raus. Dann hat sich die Person auch mega entwickelt. Das finde ich noch wichtig. Einfach auch bei den Praxisbezug üben, Training und natürlich ein Stück weit Freude und Talente. muss ich noch kennen, wo der Bär tanzt ... Was ich aber auch? Was ich eigentlich? Was ich ja mit Neuner für Was ich gebe-t? Vielen Dank.